Hallo zusammen, herzlich willkommen von Teneriffa. Ich bin hier unterwegs mit Felix Röser und Sebastian Meinhold, um einen Videokurs für fortgeschrittene Landschaftsfotografen zu erstellen. Ich bin der Felix und wir sind hier auf Teneriffa unterwegs. Wir haben uns diese Insel ausgesucht, weil sie so wahnsinnig vielfältig ist. Wir haben wunderschöne Seascapes, wir haben großartige Berge. Und genau diese Motive fotografiert ihr mit uns zusammen und schaut dabei mit mir durch meine Kamera. Den Fokus haben wir wieder auf die Blickschulung gelegt. Am Meer zeige ich dir meine Art Seascapes zu fotografieren. Und zum Beispiel, welche Belichtungszeiten in welcher Situation zum besten Ergebnis führen. In den Bergen zeige ich dir, wie du unter anderem ein Timelending-Foto erstellen kannst. In der Nachbearbeitung zeigen wir dir, wie du das Maximale aus deinen Bildern rausholen kannst. Sau geil. Endlich mal Wolken, geile Stimmung, super Komposition. Ich bin begeistert. Ich bin der Sebastian. Und den Felix mit der Kamera wieder begleiten zu dürfen, ist einfach wahnsinnig inspirierend. Er hat auch dieses Mal unter Beweis gestellt, dass mit seinen Techniken und seinem Know-how er wirklich das Maximum aus so einem Foto rausholen kann. Wir hoffen, dass wir mit dem Kurs euch Lust machen, loszuziehen, eigene Motive zu fotografieren, einige seiner Tipps anzuwenden und dass dadurch eure Fotos besser werden. Für diesen Videokurs haben wir nicht nur die Klassiker hier auf Teneriffa besucht, sondern auch völlig neue Motive gefunden. Und diese zeigen wir euch von der Planung bis zum fertigen Bild. Letztes Jahr waren wir mit Felix in den Dynamiten unterwegs. Dort hat er uns gezeigt, wie man das Hauptmotiv durch markante Vordergründe besonders schön in Szene setzt. Dieses Jahr sind wir in einer komplett anderen Landschaft und die beiden Kurse bauen nicht aufeinander auf, sondern sie ergänzen sich. Das, was wir hier in dem Kurs lehren, das kannst du auch an anderen Orten anbinden, an anderen Stränden, an anderen Küsten und in anderen Bergregionen. Schau dir einfach das Inhaltsverzeichnis auf zielefoto.com an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.